Ein herzliches Hallo zu dieser kleinen Auszeit. Eine Auszeit, um seelischen Ballast loszulassen und um Stress abzuwerfen. Meditieren ist nicht immer still dasitzen. Ich zeige dir heute eine aktive Meditation, in der es darum geht, alles loszulassen, was dir nicht mehr dienlich ist. Mein Name ist Selina Vogt, ich bin die Autorin von Yoga für das Innere Kind aus dem Knauer Balance Verlag. Mit der gleich folgenden Schüttel-Meditation, die ich anleiten werde, möchte ich dich einladen, den Kopf freizukriegen, neue Energie zu tanken und deinem Nervensystem ein Reset zu schenken. Reset bedeutet wirklich, wieder alles auf Null zu setzen. Und dieses Schütteln ist eine uralte Körperweisheit, die uns hilft, körperlichen, aber auch seelischen Anspannungen abzuwerfen und loszulassen. Auch in der Tierwelt ist uns das bekannt, wenn Tiere in Stress sind, schütteln die sich kurz und dann geht es weiter. In meinem Buch nutze ich diese Übung unter anderem, neben anderen Übungen, um einen schönen, fließenden Übergang von der Schattenkindenergie, also von der schweren Energie, unseren negativen Prägungen hin zur leichten Energie, zur schöpferischen Energie des Sonnenkindes, also unseren positiven Prägungen und unserem wahren Kern, unserem wahren Selbst und unserem höheren Selbst zu kreieren. Lass uns beginnen. Stelle dich gerne barfuß, hüftbreit auf deine Yoga-Matte oder direkt auf die Erde. Schließe gerne deine Augen oder suche dir einen Punkt, auf dem dein Blick ruht. Und dann erlaube dir, nach innen zu blicken. Beobachte deinen Atem für einen Augenblick. Wie bewegt sich dein Körper, wenn du einatmest? Wie bewegt er sich, wenn du wieder ausatmest? Du darfst während der Schüttel-Meditation über die Nase einatmen und gerne verlängert über den Mund ausatmen, um den Loslassprozess zu unterstützen. Vielleicht möchtest du dir eine Intention für die Meditation setzen. Eine Intention, was du vielleicht loszulassen bereit bist. Und dann spüre gerne in deinen Fußsohlen hinein und rolle ein paar Mal auf der Fußsohle auf und ab, um die Füße gut zu spüren und die Erde unter den Füßen gut zu spüren. Deine Knie sind mikrogebeugt, dass du sanft und entspannt stehen kannst. Das Gewicht deines Oberkörpers ruht in deiner Beckenschale. Deine Hände sind entspannt neben deinem Körper. Stelle dir nun vor, der Boden unter deinen Füßen würde sich bewegen. Und so initiiert dein Körper auch eine Bewegung, die nach und nach in ein sanftes Schütteln übergeht, indem du deine Knie beugst und wieder streckst. Ganz sanft, ganz achtsam. Es darf sich ganz natürlich anfühlen. Bleibe ganz du selbst während der Meditation. Forciere nichts. Und diese Vibration, dieses Schütteln, darf sich immer mehr und mehr in deinem Körper ausbreiten. Von unten nach oben. Atme über die Nase ein, verlängert über den Mund aus. Stelle dir nun vor, als würde dein Solaplexus wie so eine Klangschale angespielt werden. Und die Vibration breitet sich jetzt auch in deinem Brustkorb, deinem Oberkörper, deinen Bauchraum, deinen Armen und auch deinen Kopf aus. Werde hier ganz kreativ. Deine Hüfte darf sich schütteln, deine Schultern dürfen sich schütteln, der Kopf. Und erlaube dir einzutauchen in diese Meditationspraxis. Erlaube loszulassen und den Kopf freizubekommen. Erlaube loszulassen und den Kopf. Erlaube loszulassen auspüren. Erlaube loszulassen Erlaube loszulassen und den Kopf. Erlaube loszulassen und den Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020